Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Königsmacherfreunde, zu Majesty Gold HD. So, wie immer, die Guardtower aktivieren und rein in die Übersichtskarte. Wir haben ja immer noch Urban Renewal übrig, von den Advanced Missionen. Wo ich auch schon einen leichten Plan habe, wie wir das machen. Ah, und dann bleiben wir uns nur noch die 5 Experten Missionen hier. Bevor wir dann die beiden Master Missionen hier noch freigeschaltet haben. Stimmt's? Darkness Falls, Legendary Heroes, The Siege, The Valley of Serpents. Darkness Falls, The Valley of Serpents, Legendary Heroes. Balance of Twilight, das steht da nicht dabei, wahrscheinlich hat's nicht mehr mit reingepasst. Wir werden sehen. Also gut, Urban Renewal. Ja, ja. Narokis of Avon Bungalows may be built. In the name of the sovereign! Ja. Äh, Blacksmith. Eine Ranger Guild, hätte ich auch gerne. I serve with pleasure. Sovereign, your market base now serves you better. Das finde ich gerade recht schlecht, dass da ein Redman rumwuselt. Und sie mit meiner Palastwache jetzt gerade kloppt. Sie aber umbringt. Ja, ach nee. Da ist schon wieder eine neue Wache. Das könnte jetzt dauern. Ich bin gerade irgendwie gewillt, neu zu starten, wegen dem Bokussur, der da irgendwie arge Probleme macht. Your Highness, we've improved the guardhouse. More gold, Your Majesty. Tax collector. Tax collector. Sovereign, your market base now serves you better. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. More gold, Your Majesty. Your Highness, we've improved the guardhouse. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, if our kingdom is to prosper, it needs more heroes. So, da die Warrior-Gilde. Und da brauchen wir noch den Tempel of Doris. So, endlich ist die Ratte tot. Und wir können hier aufdecken. Wie gesagt, wir gehen auf, ähm, Paladine. Sovereign, a building has been upgraded. Oh, der ist verdankst, weil... Sovereign, a building has been upgraded. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty, a new building is complete. Sovereign, a building has been upgraded. Ein Tempel of Doris. Der ist nicht so billig, aber wir kriegen ihn hin. So, die werfen wir mal mit einem Marketeer raus. Wir halten hier immer den Marketeer am Laufen. Dann können nämlich auch die Gegner keine Sachen dort kaufen. Während meine Beide... Während meine... Während meine... Text-Collectors das Geld reinbringen, hoffe ich mal. Jawohl. Die erkunden hier schön alles. Victory is not in the cards. An unwelcome guest. So, wir wissen schon mal, wo vier Elfen-Bongalows sind. Goblin-Lager. Die sind eher wichtiger zu zerstören als... ...die anderen Sachen. Werde hoffentlich bei der Ranger noch den Rest hier aufdecken. Und wir... Und wir immer schön den Marketeer am Laufen halten. Da sind die ersten Goblins schon unterwegs. Oh, die Goblins zerstören den Suhr. Das ist nicht schlecht. Das finde ich sogar sehr gut. Und wir werden vielleicht jetzt von dem Redman noch getötet. Aus hier. Eigentlich bräuchte ich... ...hört auf mich zu beklauen. Tax-Collector. Ich bin hier raus. Tax-Collector. Halt! Nein, mein Hauptproblem sind echt die Goblins und die Elfen. Wobei die Elfen... ...einigermaßen gehen. Da hinten sind Goblin-Huts. Das ist okay. Elfen-Launches. Die sind eigentlich auch relativ egal. Die Bungalows sind das Hauptproblem. Die müssen als erstes weg. Die Bungalows und der... ...das Goblin-Campter dazwischen. Deine Majestät. Die Royal-Tresurie ist näherlich empty. Raus mit euch. Tax-Collector. Okay, hier oben ist noch eine Rogue-Guild. Und ein Elfen-Bungalow. Das heißt, hier oben können wir... ...relativ ignorieren. Ich wacke mal hier mein Spiel zu speichern. Und schon mal alle Elfen-Launches hier unten zu markieren. Das ist die Abwehrleute. Das ist refrigeration. Das ist die Abwehrleute. Ich gehe aus. Das ist die Abwehrleute. Nein, das ist die Abwehrleute. Ich gehe aus. So. Vinden Sieg. Offent ist die Abwehrleute. Die Abwehrleute können Sieg nicht helfen. Schöne, Doros! Die Verkäufe ist nicht in den Karten. Die Verkäufe ist nicht in den Karten. Die Verkäufe ist nicht in den Karten. Was? Wo haben die einen bei der Paladin umgebracht? Da? Okay. Unerwartet. Die Verkäufe ist nicht in den Karten. 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 Halt! Halt! Die Verkäufe ist nicht in den Karten. 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 Zahl, glaube ich, wir haben meine Schilder ein Böme verdient. Die da oben haut sich durch. Oh. Oh ja, das erklärt's. Das waren ein paar zu viele. Ja, du kaufst dir meine Ruhe Healing Potions. Werde ich gerade nicht weiß, ob die Gegner, deren Häuser ich zerstöre, ob sie weggehen oder ob sie einfach hier in der Gegend rumhausieren. Voll aus another Monarch. Das ist richtig doof, wenn die geslothed sind. Oha. Ich find's gut, dass die Surinfensters da oben noch sind und ein bisschen... mitmachen. Wie gesagt, dass mal die Elfen loswerden. Ja, und Paladine freudig ersetzen. Das hier oben ist auch nicht so schön. Ich denk mal, wenn wir jetzt gleich reparieren und der Guardsman mithilft, dann sind die sind die auch recht tot. So, wir können einen neuen Paladin rufen und dann mit dem... Nächsten Geldschub. ...Greifen wir das Ding hier an. So werden wir den Elfenbungalow noch los. Und wir haben fast das Geld zusammen, um mal vielleicht den vierten Paladin anzuheuern. Von hier oben gibt's auf jeden Fall gerade keine großen Probleme. Ah, wir haben genug Geld für den vierten Paladin. Yay. So, danach greifen wir das Goblin-Camp an, weil hier hinten die beiden Goblin-Hovels, die können wir erst angreifen, wenn wir hier durch das Ding durch sind. Und wie gesagt, das hier oben können wir komplett ignorieren. Die haben da keine richtige Chance durchzukommen an dem einen Guardtower. Mit ihrem einen Elfenbungalow und ihrer einen Liebesgilde. Oh Gott, ein Troll. So. Ach du meine Güte, waren da viele drin. Hm. Soverein, dein Marktplatz jetzt hilft dir besser. No.